hallo und herzlich willkommen zurück ihr habt es eben habt es gestern noch gesehen blöder fehler nein hund was ist denn heute los ich habe noch sechs stunden geschlafen so schlecht habe ich echt noch nie gespielt wir sterben in einer folge 70 millionen mal das kann es doch nicht sein so und dann müssen wir echt mal jetzt langsamer machen wir jetzt mit der story weiter und kriegen auch wieder ein bisschen geld aber es wird schwer gut machen wir mal mit der story weiter wird mal zeit werden jetzt wieder eine woche lang nichts gemacht glaube ich was macht eigentlich das grüne blatt das weiße ist das kampf ja das ist kampf mit kaminrot scharfschütze was macht denn das weiße jagdkampf erforschung ist blau endorphinschub stimme halte ich vollständig und bietet viel zu sehr gesundheitsfälle dieses regierung geht sich nicht das ist irgendwie definitiv besser zwei grün und ein blaues brauche ich immer dafür okay dann mache ich das doch er bietet mir viel mehr halt da ist ein schatz den nehme ich noch gleich mit poker chip packen wir die sniper weg hier da vorne haben wir ein blaues blatt da drüben haben wir noch eins so so jetzt bräuchte ich eigentlich noch mehr grüne blätter mache ich das doch auf die acht ja ne da mache ich die acht ab jetzt für immer unsere so unsere spritzen und die sieben ist dann so für waffen also beziehungsweise pfeile geh weg dricks bär da vorne haben wir ganz viele blaue die hole ich mir auch noch die mehr blaue wir kriegen desto besser und die sind halt immer im wasser so zack so das auch noch gut vielleicht finden wir noch unterwegs ein paar blaue war grünen meine ich so röfen wechseln so hier haben wir auch noch hier haben wir auch mehr grüne blätter so ich lade nochmal alles nach gut weil da kann man ja nicht unbedingt nachladen ein panzer helfen mein figur scharfschützmonition 2 und 73 dollar schau mal wer da ist was soll denn das wenn du wusstest wo ich hin muss warum hast du nichts gesagt Jason Jason nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd ich spiele dein scheiß Spiel nicht ich bin nur Zuschauer hier aber ich erwarte eine gute Show geh mir aus dem Weg zuerst eine kleine Geschichtslektion klar kann ich anfangen dann hör mir gut zu also betrachte diesmal als monumentale verkörperung der Ironie die scheißjapse ja die hatten diese Spezialeinheit für du weißt schon die Suche nach Schätzen und Reichtümern aber die Wichser merkten nicht dass sie genau über den scheißdreck bauten den sie suchten na los fragt schon wonach haben sie gesucht Wacken nein dafür sollte ich dich prügeln ganz ehrlich aber weißt du was dann wird Keith geprügelt sie suchten die Ciao Fucking Gang das Flaggschiff das diesen diesen berühmten chinesischen General gehörte Zheng aber das scheiß Ding es ist einfach verschwunden mit allen Reichtümern an Bord und mit jawohl meinem scheiß Deutsch das war's pass auf dich auf ja Geschichtsstunde beendet der geht mir so auf den Sack ich werde den Hurenzorn umbringen genau aber wie er das auf einmal sagt ganz am Anfang hat er Angst vor dem Töten gehabt jetzt sagt er mittlerweile selber ich werde ihn umbringen oh Ratten wir haben sich hier ausgetot Alter wie das aussieht da hin ah irgendwo hier ist eine Schlange da ist sie da müssen wir hin da will ich aber nicht hin was die Schlange Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wo schickt der uns immer hin? Geil. 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 Oh, jetzt könnte ich einen Schalldämpfer gebrauchen. Oh, hier ist noch eine Kiste. Dieses Mal kriege ich dich, das schwöre ich dir. Dieses Mal kriege ich dich, war wohl nicht. Das ist so sinnlos einfach. Komm mal an die Kante, Alter. Das ist so sinnlos. Das ist so sinnlos. Dieser Takedown von unten ist richtig geil. Das ist so sinnlos. Auf, komm runter. Oh Mann, der war direkt ins Gesicht. Alter, was ist denn? Schlecht. Oh, hör doch einfach auf mit diesem Scheiß Waffenwechsel. Du sollst diesen Fettsack looten. Haben wir schon. Meine Fresse. So, da haben wir ein Medi-Kit. Okay, dann los. Ne den Hörneingang. Ich bin kein verdammter Archeologe. Ich bin kein verdammter Archeologe. sch confirmiert. Schlecht. Geht jetzt nicht! Boom. Oh, der hat einen NG. So, weiter geht's. Alter, wenn man da runterfällt, man real, ich glaube, da ist man auch verloren. Ah, schluss. Ah, Manni, Manni. Drecksvieh. Warum sieht das hier so aus, als ob C3 irgendwas hier zu tun hat? Okay, Jason, denk an Indy. Ich sehe das hier. Hat funktioniert. So, nach oben ist hier nicht. Ach, das ist ein Affe. Wieso habe ich damit gerechnet, dass das zusammenbricht? Du musst bestimmt auf den Vorsprung. Zwei Schalter, einfach. Zwei Schalter? Ah, zwei Schalter. Ach, der geht ganz runter. Die Stange sieht verrottet aus. Letziger. Wie schnell sich das füllt. Ist ja ein bisschen unrealistisch, ne? So, kommen wir jetzt da oben dran. Nein, noch nicht. Gott, wo ist der Affe hin, Alter? Hier nochmal dasselbe Spiel. Das ist so, der funktioniert. So. Oh, oh. Zu blöd. Da, geht doch. Oh Gott, ey. Wie viel Uhr haben wir denn? Oh, halb fünf. Ist es das, wonach ich suche? Scheiße. Offensichtlich. Okay. Wie schön langsam. Und Jason, schneller. Ein Ladebildschirm. Drecksack. Nicht immer. Ha, ha. Ich weiß. Der lässt eine Spur menschlicher Brot gruben. Hellen fucking Keller könnte dir folgen. Die Leichen sind mir egal. Kommst du hoch? Komm, gib mir die Hand. Ich hab deinen Dolch nicht, okay? Nein, 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 nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte. Aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Spielst zu viele Spiele, hm? Na, ich spiel einfach noch eine Runde. Bitt dich mit Keith. Ich hab nur diesen Ring gefunden. Ich bitte, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Steck ihn mal dran. Das Ding ist echt verhext. Mein Herz bebt vor Vorfreude. Ich seh dich dann, Jason. Du weißt, wo ich hingehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenn dein Ziel. Toll. Alter, der Typ, der ist... Der Typ macht einen einfach nur so aggro. Berlin. Was? Oh, Kirche. 2000, ein Fähigkeits- Oh Gott sei Dank, hat sich der Shit gelohnt. So. Hm. Wie viel Money haben wir jetzt? Wir reisen mal... Ja, wo reisen wir hin? Machen wir da den Außenposten? Machen wir mal da den Außenposten. Holen uns noch neue Munitionen. Und ich hole mir noch gleich für mein Scharfschützengewehr... Schalldämpfer. Kaufen. Und dann noch das schöne Zielfernrohr. 550 Dollar. Dollaros. Alles am Schätzen nehmen, was da ist. Oh ja, schön leise. So, probieren wir mal unser Glück. Ist am Wasser. Vielleicht können wir vom Wasser aus angreifen. Das wär nice. Kletter doch mal, du Affe. Gut, wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge von Far Cry 3. Ich glaube, das ist doch dann die letzte Folge, die ich aufnehme, ey. Ich hab echt keine Lust mehr. Ist einfach so.